Ja, ich hab auf dein Gebäude drauf in Nau, Alter. Die Chance von 1, du verlierst halt echt noch. Alter, ist das ein Typ, ey. Los geht's, seid ihr ready? Ja. Rhinopoli, sehr gut. Mal gucken, wie es gleich aussieht wegen meinen Dings. Okay, ich bin zuerst dran. Zwei Millionen. Hä? Alle auf, yo. Der Kaktus. Der Kaktus auf freier Wildbahn, alle aufpassen. Der Kaktus auf freier Wildbahn, ja. Das läuft auch noch. Ich hab meinen Kufen, ich hab meinen Kufen. Ich hab meinen Kopf von meinem Skin kurz weggemacht, und dann hab ich ihn hier benutzt. Was ist passiert? Muss ich ein bisschen kleiner machen, wie ich gerade. Na, acht. Och nee, warte. Oh, nein. Hey, ist doch gut für dich. Nein. Ist doch. Ist nicht so gut. Ich muss ja auch Gebäude kaufen. Und das Haus kaufen ist mies teuer. Ja, aber ist doch gut, du kannst kein Geld verliehen. Wo ist Pommes? Ja, aber das ist ja nicht mehr. Irgendwann ist es doch eh rausgetrunken. Kommst du doch eh raus. Nee, ich muss mich zahlen, ich zahl mich. Ich brauch Gebäude, sonst gewinn ich hier nicht. So, Koko ist am Start. Oh Gott. Double. Double. Er kommt auf. Wie viele Doubles hat Goku? Wie viele Doubles hat Goku jetzt schon? Einen, ne? Drei. Drei, ey. Oh, zwei. Ab wie vielen Doubles kommt man in den Knast? Ab drei. Oh Gott. Ein auf sechs. Sieben. Sieben. Ich bin der Einzige, der noch nichts hat. Ich sitze da so im Knast und denke mir auch noch so, Junge. Lass mich hier raus, bitte. Was ist denn los? Dass drei aus dem Discord-Server, also zwei aus dem Discord-Server, ich und Ninja Pommes gespielt haben, war Ninja Pommes immer in einem Millionenbereich. Jetzt kauft er endlich. Wow, Pommes, was ist hier das Teuerste gekauft? Jetzt kauft er endlich mal was. Oh, das ist auch gut. Das ist sau teuer. Sau teuer. Sehr gut hier. Double. Double, double, double. Also mal. Komm, Koko, mach jetzt nochmal eine Double. Bitte. Das wäre jetzt sehr toll. Ich? Ja, du. Okay. Double oder nichts? Double. Yeah. Er wird Ansage. Warte mal, er muss doch einmal Double machen, dann ist er im Knast am Sitzen. Warum? Weil du, wenn du dreimal Double hast, dann bist du... Nein, er hatte doch schon dreimal Double, viermal Double war es. Das waren vier Double. Nach vier Double bist du im Gefängnis. Okay. Okay. Der Koko muss ein Double wirfen. Bin ja ein Double King oder was. Nein, denn der Pommes kommt da rauf. Er hat doch drin. Pommes, du musst jetzt oben die goldene Statue wählen. Pommes? Pommes? Ja. Und da musst du dein Gebäude wählen, ne? Das teuerste von dir. Am besten das teuerste. Das ist 160.000 da. Ne, ist 180.000. Das ist 230.000. Ne, 230.000. Das ist 230.000. Pommes, du hältst dein Gebäude aus, wir müssen zeig gleich nochmal nächste Runde. Komm, das teuerste von dir. Aber er hat jetzt trotzdem bei Phenom Force 350.000. Ich habe mein Couch vorhin gebeten. Okay. Ich werde hier nur gemobbt. Ich werde hier nur gemobbt. Harte Zeiten für dich. Wieder in den Knast. Tschüss. Was machst du denn, Kopp? Bastet, bastet. Was machst du denn, Liga? Ich habe eine Band ausgeraucht, weil ich Geld brauche. Arrest. Arrest. Ach, nur 10. Witzig. Witzig, ja. Das Video wird auch gut gelangen. Joa, ist doch egal. Ist doch witzig. 5 von 1.000 gebe ich nicht vor, aber 2 ist aber auf. Ey, ich wäre für hohe Zahlen heute. Was ist hier los? Schade, kein Double. Leider kein Double. Dann wärst du bei mir gewesen. Hätt ich wenigstens Freund gehabt. Oh, ja, dann hättest du... Komm es! Ach, Coco hat fast einen Monopoly. Ey, wenn Coco jetzt nur 2 wird, dann eine Monopoly. Er hat fast 2 Monopolies. Nein, hallo. Das ist ja mal böse. Coco hat fast eine Monopoly einfach. Komm, das Toys haben wir im Böding und dann macht Mercedes kaputt. Das ist wirklich das... Das ist wirklich das... Mir vor... Nein. Hä? Er kommt wieder da rauf! Alter, Pompis! Ich helfe dir kurz. Warte, warte. Goldene Stator. Warte, Pompis. 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 Genau. Goldene Stator. Du bist blau, ne? Ja. Guck mal, dann bist du jetzt das Gebäude. Und dann wird es doppelt so teuer. Geht es ja. Wir haben 400.000 jetzt drauf. 500. Ich muss da vorbei. Okay, ich hole ne Doppel. Scherf, oder hast du jetzt direkt... Guck mal. 4, 4, 4, 4. Ja, ja. Ich hab so Glück. Scherf, oder hast du jetzt direkt ne 9? Ich hab so Glück gehabt. Vielleicht Pommes, okay? Könnt ihr ja machen, wenn ihr wollt. Na, was denn? Das. Treasure Hunt. Junge. Nein, Nina Pommes Geld ist weg. Ja. Hä? Goku, du hättst... Ja, wenn wer anders das macht, dann verliert der andere das. Hä? Ach so. Ja, ja, wenn... Dann verliert er das. Danke dir. Oh, Mann. Danke dir. Ja, warte. Ich als Kopf... Ich als Loops-Kopf. Wieso soll ich das für 1.000.000 zurückkaufen? Ich hab ja noch das Blau nicht weg. Wenn du... Wenn du Monopoly dort passt hast, dann musstest du es zurückkaufen. Oh, Guck mal, was ist Monopoly? 7. Ah, zu Glück. Also, bisher hat nur Goku eine Runde geschafft. Die anderen Schafe kommen nie dazu. Oh, danke, Goku. Ja, kein Problem, ich bin verdammt. Ich hab... Ich hab... Toll, 20.000. Beschwerde es doch nicht. Besser als nix. Besser als nix. Ey, im echten Leben würde ich sagen 20.000 OH. Ich würde auskassen. Der würde sich ein Ferrari kaufen. Das reicht nicht. Weiß. Oh. Dann bräuchte er so viel Geld, wie er jetzt gerade auf dem Konto hat. Ja, außer man zahlt in Monaten. Ich mach auf. Jetzt auch. Ich mach auf. Ich zahlt jeden Monat Geld für den Ferrari. Ja, schön kaufen Pommes. Sehr gut. Mann, ey. Ich hab mir... Ich hab mir ein Gebäude bisher gekauft. Das leuchtet dann sobald. Oh, das ist ein Block. Sehr gut, ja. Danke. Oh, Mann. Ach. Ach, ihr habt gar nicht mal... Es kann nicht... Ob Herr Rebuys. Ey. Oh, hilft. Mann, ich hab ein Gebäude. Und das ist das... Guko, wenn du jetzt nennst du ne 3 machst, dann mag ich dich. Hm, ist klar. Okay, das war zum Glück ein Lukas. Ja! Boah, das Beste hast du dir gegeben. Oh, Guko. Nennst rein. Nennst rein. Geld hab ich schon. Okay, gut. Ich mach eine 3. Eine 3, eine 3, eine 3, eine 3, eine 3. Eine 3, eine 3, eine 3. 3, eine 3. Die 3 ist da. Guck mal, die 3 ist da. Ich will nicht diese Dufe Coins. Aber damit... Die sind voll gut. Damit kannst du vielleicht ein Gebäude zerstören. Ich bin im Knast. Mann. Ey, jetzt hat Kuko das Glück. Wieso kommen immer alle die... Ah, guck, jetzt geht der nach hinten. Einfach Mut. Mann. Ich bin der Einzige, der Pech hat. Ey, gönnt mal Guko heute was hier. Dingst du ich nicht. Ich hab nicht mal ein teures Ding aus der Arsenal. Also doch, Töcherhahn. Jetzt, Fan. Wo bin ich denn? Du bist bei Bloxy. Du bist rot. Du bist rot. Du hast bis hin zwei... Ruko, schnell. Du hast nur noch 10. Mad City. Mad City. Mach auf Mad City. Mad City. Mad City. Ich kann nichts machen. Du bist im Bloxy. Hä? Ja, schau mal. Ach, da bin ich. Ich hab mich gar nicht erkannt. Maritos, du hast deinen Reward verloren. Komm mal auf mein Gebäude jetzt bitte. Ich brauch ein bisschen Geld, Leute. Ich weiß ja nicht, warum. Jetzt werden... Wieso kommen alle nur auf Change Coin? Aber stimmt hier nicht mit den Coins. 50.000. 15.000. 15.000. Danke, Ninja Pommes. Ich gebillt. Ich hab dir schon... Ja, danke, Ninja Pommes. Das, was ich wahrscheinlich nie mehr ausgeben werde. Ninja Pommes ist das... Ninja Pommes ist das erste Mal in... Oh! In der Tausender-Bereich. Aber noch nie im Achtunger-Tausender-Bereich. Ja! Dann geht das! Oh, 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 oh. Ich kann gehen. Ja, ne neun. Nee, nee, nee. Kannst auf mein Feld kommen? Genau. 5. 5. Pommes, hast du Geld bekommen? Groß Pommes. 2. Pommes, komm mir. Pommes, darf ich dich aufsetzen? Was? Du bist ne Hut. Ich möchte den Hut haben. Du kannst Pommes zermatschen. Ey! Moine. Ich kann kein guter Matschen als Kopf. Der Hut kommt auf mich. Weil da oben ist so eine Reihe und ich bin so der, der zwei Sachen hat. Und die anderen haben so fünf Sachen. Oh nein, Ninja Pommes macht mir jetzt den Pommes. Pommes, kauf. Du musst kaufen, Pommes. Nein, nein, nicht kaufen, nicht kaufen. Kauf Pommes. Du machst dann das Monopoly von ihm. Ja. Nicht eine Million ab, lieber ich das einfach. Dann habe ich ein Monopoly. Nein, bitte. Wieso sind hier alle arm, außer Ninja Pommes? Ich weiß auch nicht, Ninja Pommes macht wahrscheinlich was richtig oder so. Das hat irgendwie gerade keinen Sinn gemacht, Paritos. Weil wenn du eh keinen mehr kriegst, dann macht es keinen Sinn. Ich kann noch zwei bekommen, das wären dann 200.000, wenn man da drauf kommt. Natürlich. Genau. Ihr geht eins an meinem Feld vorbei. Der Böse. Ganz Böse. Ja, Goku. Dein Mercedes ist jetzt wieder billig. Ja, das ist wieder normal. Ich werde jemand plassen. Ja. Ja. Ey, nein, Goku. Oh, Goku kannst nicht reboilen. Reboil es. Reboil es. Ich will es nicht haben. Nee, nee, nee. Wenn es dann Street noch besser kaputt wird, weil dieses Street kann man so leicht abkaufen. Frau, ich brauche das Geld. Ich brauche, ich also, ich brauche kein Geld. Thomas! Kannst du upgraden? Ja. Oh, jetzt hat er Geld verloren. Jetzt sind wir alle im Typ. Mann, nein. Das ist mit mir falsch. Warum habe ich so gelöst? War ich eigentlich oben Google Let's Play YouTube? Ich soll da Google GAP heißen. Muss ich mal ändern. Was ist das? Also ich fand den alten Lärm Google Let's Play cooler. Der war zu lang. Der war zu lang. In Google GAP passt halt mehr, weil... Kauft ihr den ab? Jetzt kannst du den nur noch reinkriegen. Ey, GOKU hat 40.000 mehr als ich. GOKU. 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 Ja, genau. Jetzt ist da auch noch die Cloud. Die Claudia. Gönnen sie dir. Die Cloud. Ich habe mal wieder mehr Gebäude. Ja! Geld. 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 Danke, Pommes. Armer Pommes. Armer Pommes. Jetzt hat man ja... Armer Parietos. Ich habe kaum Geld gehabt. Ich habe immer noch 200.000. Ich habe am Anfang gelitten. Gott, sie hat es mir kehren. Klo. Guck, du kriegst 50k. Wir haben fast dieselbe Geld. Ey. Nein, du bist müde Pommes vom Sport. War anstrengend, wa? Yeah, hallo. GOKU. Ich danke dir. Also diesmal bin ich unkoglöd. Eine Zahl weniger und ich hätte 100.000 gekriegt. Ich danke dir, ich danke dir. Danke. Und wieso läufst du eigentlich immer so komisch? Du musst nicht reißen, weitergehen. Halloy, schon hat der Kaktus das im Kopf. Aua, es tut weh. Das sieht aus wie so ein Hut. Das sieht aus, als wäre ich so ein Broomtop. Das sieht aus wie so ein... Ja, na? Oder ich hätte jetzt an so ein Sombrero gedacht, Boben, anstatt so dieses Ding, so ein... So ein... So ein... So ein... Ich mache einfach nur einen Kopf. Äh, das ist immer noch nichts. Nee, nee, hallo. Alter, ihr seid richtig nett zu mir heute. Dankeschön, danke. Ja, wir lassen Coco gewinnen. Ja. Ich möchte mir Geld spenden. Ich habe eins... Ich habe eigentlich eine gekauft. Haben sie ein bisschen Kleingeld? Parikos. Oh, oh, ja, da ist gar nichts. Parikos? Ja. Kannst du mir zeigen, wo du diese Seite bekommst? Also du? Welche Seite? Na, die da, die grüne da. Hä? Ich habe die grüne Seite. Ja, du sollst mir die zeigen, wo die ist. Geld? Man kann das nicht auswählen, das ist random. Man kann ja nicht auswählen. Was denn? Warum, was brauchst du denn? Ich weiß nicht, ich bin eh verwirrt, was Nenapom sagt. Du meinst die Farbe, oder wie? Also, Goku kriegt heute nur Geld. Ja, eben. Läuft man hier. Ja, wir sind fast alle arm. Goku ist doch. Ich bin der Einzige, der Goku noch abziehen könnte, vielleicht. Kennt zumindest jemanden Song? Vor allem, ich habe immer noch den Bloxy Reborn. Das ist so ein Name, das ist so ein Name, das ist so ein Name, das ist so ein Name. Ich bin Gokus' Gebäude kaputt. Jetzt muss ich noch 100.000 bezahlen, weil ein Piano aus mein Kopf gefallen ist. Es ist doch fair, finde ich total fair. Nein. Ey Gokus, du musst auf mein Ben, du musst auf Arsenal kommen bei mir. Wenn wir nicht mehr sehen. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich lebe echt durch euch, vielen Dank. Dankeschön. Ich sterbe hier nur durchgefuhr. Ja. Gano, was auf meinen Kopf gefallen hat. Hallo. Jetzt holt er sich noch Blocks, die offen nehmen. Ja, mach's am besten auf die 75.000. Dann wird's so teuer wie dein Bestes. Scheiße, ich werd die nächste Runde nicht überleben. Ich werd die nächste Runde nicht überleben können. Komm mal bitte einer da rauf, bitte. Seid mal, fährt zu mir. Oh, fürs Video. Ich möchte nicht, ich möchte nicht. Mein Geld ist bisschen niedrig. Fürs Video. Ich würde das nicht überleben. Das könnte Lukas machen, der hat noch 650.000. Fürs Video einfach. Oder Pommes, aber ich nicht. Fürs Video muss jetzt einer da drauf kommen. Nein. Das wäre witzig, wenn Paritos da drin ist. Nein, nein, nein. Dann wär's, dann wär's so viel im Minus, dann müsste er sein Jailbreak verkaufen. Obwohl mir das Jailbreak wird nicht verreichen, dann müsst ihr alles verkaufen. Ich bin im Knast. Oh mein Gott. Let's go. Das ist gut für dich. Ja, ja. Ich hab so viel Glück. Komm da im Knast, ey. Hat da Glück. Da oben steht immer sponsored bei Bloxy Cola. Die leckere Bloxy Cola. Ah. Ich will mal wissen, was sie so speziell macht. Ah, du hast ja Upgrade, ja? Okay. Also, wenn ich jetzt ein Double mache, dann... Überall sind Level 30, aber 100, 210, 290, 310. Oh mein Gott. Ach guck mal. Kann ich das jetzt nochmal benutzen? Ja. Nein. Aber ich glaub, man kann's nicht aufs gleiche tun, oder? Ich weiß es nicht. Aufs gleiche tun, ich weiß es nicht. Ja, okay. Jetzt macht das wahrscheinlich nicht. Leute, gönnt euch. Nee. Gokko, fürs Video muss da jetzt... Da muss Paritos drauf. Komm, mit dem Eimer auf mein... auf mein... auf mein Preis, was gewollt ist. Da muss ich das wenigsten Geld. Danke. Ja, aber deswegen noch ich nicht. Ey, da haben wir hier... Ja, Pommes. Danke sehr. Danke sehr. Du kannst jetzt da drauf gehen. Guck mal dein Geld an. Das würdest du locker überleben. Ich nicht. Ich hab... 1,1 Millionen. Ja. Eben. Ah, ich bin noch drin. Cool. Ey, jetzt kommt Gokko wieder vor. Auf die Lupe. Jetzt geht er wieder zurück. Du, Kassu. Irgendwann steht da 10 Millionen. Irgendwann steht da 10 Millionen. Irgendwann steht da 10 Millionen. Nein. 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 Sehr gut. Danke dir. Nice. Ich hab ihn zerstört. Ich hab ihn zerstört. Nidus Fion ist groß. Der hat zwar auch mit meinem Monopo hier. Ey, was für ein Lack, Alter. Das ist krass geworden. Ja, nicht mal. Ja. Oh, schön. Verkauf dein... Verkauf dein... Verkauf dein... Verkauf dein Kuchen wieder. Toll. Jetzt... Ja, jetzt muss er auch noch... Und in Japan muss ein Paritos drauf. Weil dein Par... GG, Leute. Auch Paritos ist der Tod. Nein. GG. Nein, nein. Nein, ich möchte da nicht drauf. Also ungern. Also das ist ähm... Es ist ein böses Feld. Da möchte niemand drauf. Zum Glück ist Goku da nicht drauf gekommen. Nochmal. Wie die Junge. Zum Glück ist Goku da nicht drauf gekommen. Ja, war knapp. Ah. Ah. Nein. Das ist der größte Retter. Ninja Pommes. Ja. Ninja Pommes. Pommes. Kann ich mal Ninja Pommes machen? Ich will... Ja. Ja. Gute Pommes. Nein. Alter. Ja. Super günst. Aber es doof ist halt, es hat das Geld behalten von dem ersten Bloxy Win. Ja. Es hat halt das Geld vom ersten Bloxy Win. Cool. Hallo. Das ist ein Fehl dir, Alter. Was ist denn los? Ich brauche. Goku. Ja, Goku. Jetzt wird das Video noch besser. Jetzt komm bitte da drauf, Goku. Dann ist das Video ein Hit. Oh, Mann. Das Video ist schon ein Hit, weil ich da allein drauf gekommen bin. Nein! Was? Ist das blöd? Wirklich? Ist das doof, ey? Die ganze Zeit... Reda wird hier drauf ziehen. Oh Mann. Wie aussehen. Wie aussehen. Wie aussehen. Wie aussehen. Er hat dich gestapelt. Ja. Sehr gut. Die 800.000 gehen weg. Cooler Spin. Ja, heute sollst du nicht reden. Nein. Nein. Genau so stark. Wie aussehen. Warum ist es los? Viel Glück. Warum ist es los? Viel Glück. Warum ist es schon müde? Schade, dass das nicht ein Feld von uns ist, weil sonst hätte Goku jetzt... Oh nein, Pommes tut mir leid. Nein, Pommes! Nein, Pommes! Aber bei ihm vielleicht, aber bei uns nicht. Nein, Pommes! Nein, Pommes! Du musst verkaufen. Verkauf des Epic Minigames. Das für 83.000. Der ist unten, das grüne. Das ist genau das grüne. Das... Das... Das war doch... Hä? Das ist blöd... Ja. Ach so, ja. Das ist das, was man zeigt. Ich hab... Ich hab's extra gesagt, weil ich dachte, der hat dann 0,000. Äh, dachte ich auch grad. Warum? Moin! Hey! Nein! Nein! Tut mir leid! Ich glaub, die Runde geht an mich. Die Runde geht an mich, glaub ich. Aber wir können noch gewinnen. Einer von uns kann noch gewinnen. Außer wenn... Ja, du musst dein Jailbreak verkaufen, oder dann? Ja! Cool! Jetzt wär so... Jetzt wär so... Minus... 0... 0,001. Dann hätte er jetzt so das Jailbreak verkauft. 3. Die Geldabzahl gibt es grad nicht in diesem Spiel. Was ist denn das? Hey, GG, Lukas! Warte mal, was? Warte mal, er kann... Lukas ist noch am Leben. Warte mal, wenn nicht alles Geld verkaufen. Oh, sorry, Lukas! Mann! Oh Mann, ey! Das ist meine Runde. Guck mal, deine Sheets bitte. Das ist ein bisschen unfair. Ey, meine Runde. Ja, hello, Baby! Ich hab toll jetzt an den Monopoly! Hello! Oh, er hat gewonnen. Lukas, wir werden alle draufgehen. Also, rip an alle schon mal, ne? Guck mal, hat das meiste Geld. Wir sind alle unter 100.000. Rest in Peace! Rest in Peace! Die Goku-Crew hat überlebt vom 18.08.2021 ... 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 wenn ich jetzt halt über den start komme dann habe ich halt glück weil dann habe ich 250.000 was kaufen wir jetzt ein bisschen geld ab wo seid ihr alle da sollte einfach dieses spiel koko hat einfach bestimmt gerade auf dem ex auf so einem anderen bildschirm hat er gerade so dass ich in das spiel reingehackt und dann kann also sein charakter kostet 67.000 ist ganz preiswert könnt ihr euch gönn könnt ihr schlucken du hast doch du kannst doch verkaufen 1 80.000 du kannst aber kaufen pommes ist für 380.000 das rote das für 380.000 genau und und das zwar und das 22 das geht ja auch nicht in der pommes du musst ja das ist ja nirgendwo pommes verkauft es du musst das große verkaufen das große das für 290.000 leider jetzt ist nirgendwo pommes genauso arm wie ich kann ich mir überhaupt noch irgendwas günstiges kaufen außer dass es ist pommes du musst drücken beim hammer rechts daneben genau tut mir leid mein klar nicht mit absicht das ist das ist pech das ist nicht pech das ist kokos glück können wir danach noch eine runde spiel da geh doch einfach in roblox server da kommt bestimmt wieder zu freundern fanken mit rein ganz süßer klar wenn ihr die runde fertig habt kommt ihr mit in roblox server ja und ja pommes ist kap ist tot pommes rest in peace ja ich hab so unglück ich will ne vier würfeln bitte ne vier zwei zweier bitte ich will in knast ich geh freiwillig schon in knast kokos muss mal bisschen geld verlieren der drei millionen na jetzt nicht mehr gut ich glaub das sieht mau aus für uns ne mau nummer leider ja zum glück ist er auf sein eigenes feld gekommen 3000 cash 3000 22 222 ja der blog bringt mir jetzt gerade auch nix ja kann ich jetzt auf den anders block sie machen wie noch einfach drin bleiben oder hier oha gucku gibt erst endlich mal ein bisschen geld ob dass du überhaupt geld hast du überhaupt noch ein dass du überhaupt noch tropper hast oh ja dankeschön oh ja okay wir haben verloren sorry lasst doch hier drinnen bleiben oder ja lol du lebst noch krass das ist doch ne abzocke was ist das ihr kommt alle auf meine felder raus das ist doch ne abzocke ich spiel die spiel nie wieder ey und wenn ich spiele erst recht nicht auf kokos privaten server der bringt unglück das stimmt die ganze sache aus also sind auch hier leute drinnen ach schade ne ja ninger pommes ja oh gott ich kann doch gar nicht mehr gewinnen rein theoretisch oder doch er hat halt ne ja ne ich glaub gewinnen kann er jetzt ach guck was ich auch im knast aber du kannst kein geld mehr verdienen ist halt das gute doch ich geh trotzdem gelbe auf meine häuser kommst nein doch wollen echt wollen ah toll jetzt kauft er sich's für 200.000 und dann hat er trotzdem nein kaufst du nicht nicht mehr ach ja das ist doch saudumm jetzt hast du nur noch 43.000 wenn du aufs kokosfeld kommst dann bist du am Arsch oh ja ich krieg'n double come on ah gott koko hat doch so'n glück ne was soll'n sagen stimmt wohl er kommt auf Bloxy geht weiter kommt auf die lupe geht zu Bloxy kommt auf die lupe geht zu Bloxy hallo kriegt ein Feld für eine millionen dann ist es 610.000 jetzt sind 3 top aber er lebt noch du kämpfst stark hier sehr gut ich find schade dass man danach nur noch auswählen ich find schade dass man danach nicht noch auswählen kann ob man noch was verkaufen will er vielleicht verliert Goku 20.000 you dropped your phone go 3 zurück er hat auch eine Monopoly oh yeah was los oh 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 Ja, okay, tschau, Paritus. Koko hat doch in der... Ich glaube, hätte Koko gar nichts ausgegeben, nur mit einem Dropper oder einem Monopoly, dann hätte er locker 5 Mio gehabt, mindestens 5 Mio. Keine Ahnung. Da ist so viel Glück gerade hier. Einfach so Blumentopf mit dem Gesicht. Ja, ich höre es. Da bist du ja wieder, Mensch. Schade, dass du nicht ein Feld weiter nach vorne gerückt bist. Ja, ist doch schön, wenn dir nicht ein Feld weiter nach vorne gerückt ist. Ey, du musst auf Bloxy kommen, Paritus, dann musst du einfach deinen Jailbreak erhöhen. Oh, Mann. So, das hast du eigentlich Glück, ey. Die Reihe kannst du gut gewinnen. Oh. Na? Wo kommst du hin? Zum Glück auf sein eigenes. Alter, hast du aber Glück, ey. Na, der Tietakun hätte eh nicht so viel gebracht, nur 50.000, aber... Oh, Mann. Koko war am Anfang so arm, dann hat er einfach so viel abgesahnt, ey. Koko hatte auch die meisten Felder, da zwei Monopolis. Koko, was bringt es dir eigentlich noch, Felder zu kaufen? Du hast eh schon gewonnen, eigentlich. Damit du raufkommst. Ich höre wahrscheinlich, dass du rauskommst. Ja, du, was ein Glück. Ey, Alter. Oh, Mann, wie, wirklich? Was ist das, ey? Oh, Mann. Vielleicht kann er ja doch noch so viel Geld haben wie du. Vielleicht kriegt er ja doch noch 2 Millionen. Ja. Ja. Paritas, du kriegst Geld. Endlich. Endlich kriegt man 1 oder 2... Mann, ich muss abkaufen. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein. Ja. Ich wollte es abkaufen. Ja. Meinst du wolltest es zurückkaufen? Ja, so, ja. Oh, Murder Mystery würde ich mir nicht kaufen. Er erholt sich's. Ist dir klar, wie viel Geld du dafür aufgegeben hast? Wenn du jetzt auf Gokos Hörer fickst. Oh, was ein Glück. Wieso gehört das alles nicht Paritas? Bestimmt, dass Goko jetzt gerade schon am Abfeiern? Nö, ich bin mal ruhig eigentlich. Also, im Kopf, im Kopf. Ich würde mir jetzt mal... Ich würde jetzt wissen, was Goko sich denkt. Was ist das denn? Ja, come on. Ja, ich habe so viel Glück. Ey, Alter. Wehe, du kaufst dich raus. Goko, du musst jetzt auch in den Knast. Ja, wäre auf jeden Fall besser, finde ich. Aber er kann immer noch Geld verdienen. Das stimmt. Immer noch 600... Nee. Bleibt da am Knast, ey. Das ist so unfair. Das ist fair. Oh, ne 8. Weil er kommt doch immer auf seine eigenen Felder, ne? Ne, ist ja, guck mal. Ich habe nur so meine eigenen Felder hier. Ich habe ja fast alles gar nichts mehr. Ja, Goko wird auch langsam wieder arm. Ja, so ein bisschen. Langsam wieder pleite. Boah, die Runde, ey. Lange dauert dich, ey. Du darfst kein, du darfst kein Double würfeln. Ja. Tschüss. Ja, ist doch gut. Jetzt erst mal Ruhe. Äh, ach, hier. Ruhe im Karton. Der Dropper läuft zwar weiter, aber... Normal. Ruhe. Ach nein, er kommt. Paritos kommt wieder raus. Paritos, du da... Paritos, wenn Paritos auf die Loot bekommt, muss er eigentlich den Knast auswählen. Das stimmt. Weil es ist das Einzige, was ich noch schützt. Ja, ne? Kann man denn... Wenn man sich auf dem Feld teleportiert, also auf so einem Feld auswählt, was einem anderen gehört, muss man es dann trotzdem bezahlen? Weiß ich nicht. So. Schön, dass noch einiges Feld kommt. Unglaublich. Tatsächlich bin ich gerade gegen den Zitronenmann. So, komm, jetzt. Such dir ein Feld von mir aus. Ja. Come on. Schnell, wähl den Knast aus. Was für ein Glück, ey. Wähl den Knast aus, schnell. Er geht zum Knast. Ja. Ah, zum Glück geht es. Ey, es ist schlecht. Ah, Mann. Okay, gut, er kommt in den Knast. Ist das schlecht. Elinger Pommes, wie heißt dieser Zitronenmann-Song? Was? Wie heißt dieser Song mit dem Zitronenmann? Weiß wenig. Ja, der steht doch oben. Bei der Zeit. Er kann es nicht so lesen, du. Er ist erst sechs, er geht in die Schule. Ach so. Er kann es doch nicht lesen. Warte, ich kann auch bei ihm beitreten, dann weiß ich es. So, jetzt kann ich hier raus, ne? Oh, Mann. Change Coin. Mann, ich sehe es nicht. Es geht zurück im Knast, ist das blöd hier, ey. Ah, WTF. Ja, es ist ein langes Spiel, Alter. Boah. Ja, ja. Es dauert manchmal eine Stunde. Da, 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 da. Wie lange geht jetzt die Aufnahme schon? Na, so lang wird es Spiel. Ja. Ja. Das wird ein 35-Minuten-Video. Es wird sowas wie das alle Geschenke in Bobby Live. In der Art und Form, stimmt, ja. Nur, dass es Roblox ist. War ich gut oder war ich? Stimmt, in der Pommes. Ja, ich komme natürlich raus. Ich wäre auf den Pass, selbstverständlich. Oh. Was ist? Ja, da ist einfach wer drin. Da ist Kapital. Brrr. Kampfsport. Was? Neuer, kauft. Was hat er sich geholt? Wo er gerade drauf steht, weißt du, dieses kleine Ding da. Ich bin nicht drin. Also ich weiß nicht, wie das heißt. Wenn, 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 mit City? Weiß nicht. Boah, das, um was ganz kleines für 30.000 hat oder sowas. Was ganz kleines eben. Orific Housing? Wo hab ich denn nicht drin? Ey, hat ja ein Glück, es geht dir, ey. Es ist auf diesen goldenen Engel gekommen. Unglaublich, ey. Mit seinen 3.000 Cashy, ja. Arithos, Bro, wenn du einen kleinen Schutzengel hast, hol den her. Beete zum Schutzengel, Gott. Oh Mann, ey. Ist das ein Spiel. Boah. Kriegt er? Ja, er ist auf mein Feld gekommen. 430. Ich glaube, das war's. Ja, Pommes, ich will jetzt gegen... Ich... War was? In the respawn. Ja, komm mit. Schnell. Okay, hier. Mach einen harten Song, okay? Ja, mach halt den Among Us. Warte, aber... Sus Among Us. Sus Song Us. Ah, na gut. Sus, Sus, Muggers. Sus, Sus, Muggers. Ja, ich hab doch nicht. Ich hab jetzt drei Dropper, glaub ich. Ja. Was denn? Ich hab drei Dropper. Ja, Moin. Es geht los. Nein, noch nicht. Doch. Nein. Doch, der Song geht los. Ja, aber noch keine Pfeiler. Doch. Er hatte ein Glück, ey. Irgendwie finde ich diesen Sus Sus, Muggers ist voll smooth zu spielen. Wollen wir danach noch in der Wacky-Woods ausspielen? Ja, okay. Es ist ja schon wieder am Knast, ey. Ey, Alter. Wie kann man so viel Glück haben? Glück, er hat so Glück, ja, ja. Oh, Mann. Da fragt wer, Ninja Pommes, bist du der Echte? Ach, nee, Ninja Pommes, du bist der Beste. Ja. Ja. Nee, ja, Pommes ist einfach. Pommes, isst du schon Pommes? Ja. Pommes ist Pommes. Dido, 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 dido. Oh, Mann, ey, Leute. Oko, rate mal, ich hab mal Nina Pommes gefragt, was dein Lieblingsessen ist. Rate mal, was er geantwortet hat. Schön Pommes. Ja, genau. Was sonst? Den Song will ich gleich nochmal spielen. In der Pommes, den Song gleich nochmal, okay? Ich will aber dann auch noch in der Wacky-Wooder. Alter, fast 40 Minuten hier. Pommes, 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 pommes. Unglaublich. Pommes, 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 pommes. ich habe es fast überall die straße voll ja ich erwischte den falschen run ja es kommt da auf den goldenen das einlack ist das einlack ist das einlack das noch mal den gleichen ich wollte eigentlich jetzt nur in der wäge wurde das gehen und bitte noch einmal den gleichen song den gleichen ok muss er einmal muss er verkaufen erst zu verkaufen er hat noch ein gebäude mit 1,4 millionen hatte also hat er ein glück wirklich ich muss ins 20.000 schenken überlebt er mit der 300.000 ein gebäude hat er eingebäude und dann am ende besiegt er dich noch ja ich hab ja ja ich hab auf sein gebäude rauf genau alter die chance von 1 zu verliert halt echt noch alter ist das ein typ spielst du noch spielst du noch ich spiel immer noch homopoli alter ist das einlacker willst du freundheit fangeln nicht willst du willst du grad spielst du grad nein ich spiel immer noch homopoli wieso ja die runde ist noch mal fertig ey ey er hat so ein glück er versaut mir jetzt die ganzen straßen ey ist das einlacker ey wirklich alter ist das einlacker ey unglaublich ja er kommt mein gebäude auf seine mio ne er ist auf meins auf 660.000 rate kommt das muss er was verkaufen irgendwas was ist das ein mensch er hat ein wirklich einzeln mit 1,4 millionen ich komme nach vorne rauf ey wirklich wie viel glück wovon hat zweimal wie viel geld hast du noch goku eine million knapp wie viel geld hat er 360.000 millionen ne 1000 aber trotzdem überlebt mit seinem eigenen gebäude er überlebt einfach ey genau ist er wieder bei mir drauf muss er wieder abrücken jetzt hat er die rote straße bitte 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 nicht auf sein gebäude bitte nicht auch nicht sieht was schlecht aus und ok puh ok ja er kommt schon wieder auf den golden engel ey alter ok ey 1,8 millionen ist ein gebäude wert ok 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 die zuschauer werden glauben mir eher du gewinnst das locker und dann gewinnt der andere und dann gewinnt paritos einfach ey alter ist so einlacker ey wirklich ja jetzt weißt du mal wie wir uns vorhin gefühlt haben ja hammerhart ja genau genau vom goldenen engel kommt er auf sein einziges gebäude mit 1,8 millionen ja wirklich er kommt nicht auf mein gebäude also ne ey wie kann man so viel glück haben alter will you promise ja spielst du schon ne hey unglaublich wie viel glück kann man haben ey unglaublich wieviel glück kann man haben ey unglaublich wieviel glück kann man haben ja ach so stimmt da warst du irgendwie gebannt irgendwas war da stimmt aber ich weiß nicht ob das noch da ist keine ahnung ne ich hab dich als freund ne ich hab dich als freund ich kenn natürlich einen india pommes der hat sich natürlich erstmal umgezogen die zuschauer denken sich dann so ja der gewinnt ja gucku gewinnt und dann kann es wie okay eine reiviertelstunde machen ich muss auf jeden Fall zusammenschneiden ey jaja den schluss auf jeden Fall aber ey das ist schon hart kannst du das Video kann nicht so lange machen aber du musst das dass er dich abzieht dann noch reinschneiden das muss da auf jeden Fall rein das muss da rein das ist ne Pflicht ja du kannst gut spielen oh das kann jetzt einen goldenen Status wegmachen perfekt ich weiß wie man diesen ähm robot ähm fliegenden Trank macht ich weiß oh 2,4 Millionen hat mein Gebäude jetzt wert Goku Goku fragt ähm Error fragt mich gerade ob er reden darf ja ne warte mal ganz kurz bitte noch der ist vorbei ey der hat sooo viel Glück alter ey wie kann man so viel Glück haben umbelieb ja ja ok wieder da ey wie soll ich dem was sagen du hättest gewinnen können ne aber warum ich hab nur noch du hättest du hättest einfach auf ein Feld gehen sollen zum Beispiel Arsenal oder so und dann hättest gewinnen können ach ja stimmt hast du recht hast du recht stimmt hast du recht hast du gut gemacht das war eine gute Idee das war eine gute Idee stimmt das hätt ich ja auch machen können ja Poms schau mal was ich für nen Kopf hab ja wo denn oh mein irgendwie hat das das ein Gebäude mit 1 kostet wie uns und ich komm da auf jeden Fall rauf ne das war echt doof ey ja Poms mischt halt immer so viel Zeug zusammen dass er irgendwann dann trotzdem 10.000 Zeug hat ja warte hast echt Glück alter muss man dir lassen destroy someone building weil dann hab ich das größte Glück was man als Player haben kann das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht oh ja gib mir wirklich ey was du überlebst ja ich hätt grad beenden können hast du recht hab ich vor verplant ey Mist ich versuche Geld für dich aber ey als nächstes eine 5 bei Zubi cool ja als nächstes eine 5 bei Zubi und danach 4 nach vorne dann dann Zubi Zubi ich bin sowas von tot mein ich hab kein Geld mehr warte mal kurz ja ok warte was ist komm ich musste das letzte Gebäude verkaufen ich bin da und ich hab gar nichts mehr ich muss mir irgendwo ein Gebäude kaufen damit ich mal leben kann ja sonst ist es vorbei wo hast denn du alles her wo hast denn du das Herz und so her ja kannst du mir zeigen nein na dann viel Glück Glück hast du jetzt derzeit wie oft du auch im Knast warst ja ja das so wo ich grad hingucke sehr gut das neben dem Fisch da also hinter der hinter der Wabe ich werd hier nur gemobbt du hast gemobbt ja von den Games ja du musst krieg ich dann den Boxhandschuh bitte ich muss auf ein freies Feld kommen ich brauch ein Feld das ist jetzt das wichtigste für mich echt das ein Spiel wirklich ey ich weiß nur wo ich irgendwas hinkrieg Hello zum Beispiel die Chili danke dir natürlich das nie kriegst also ey gib mir ey nein nein errohrt mich ach wow das ist einfach nur so ne Scheiße dann guck ich es leider pauschen errohr hier ist ein Drang Baum ja nein ey komm wie oft du schon im Knast warst gib doch einfach auf gib doch einfach auf hehehe nein wow das Busters coolnödel und spider da gibt gleich ja ist das ein Game mir eine schöne fast eine Stunde Ronopoli ey wie fehl ey wirklich unglaublich ey ich dachte nur eine halbe Stunde easy zocken ey aber jede knappe Stunde ist schon krass mir gehts immer lange erst recht wenn ich einmal am Ende noch Glück habe Mann ein Feld mehr Mann come on ey aber ich muss einmal unter das Geld sein und dann hast du gewonnen ich muss einmal unter das Geld sein und dann hast du gewonnen ich könnte das noch also ich wenn ich diese Runde schaffe dann werde ich einfach nur Gott anrufen und sage ich habe eine Runde geschafft also das gewinnt das live event in 3 Stunden also wenn ich das noch gewinnen würde dann fresse ich wirklich einen Besen aber von bis nach NEIN NEIN rest in peace NEIN GG Guku GG absolut war sehr lustig wer hat gewonnen Guku natürlich 3 Monopolies 3 Monopolies oh Gott 3 3 Monopolies ja muss er ja haben oh jetzt kann Chrisli jetzt kann Error auch wieder reden ja ok nein das passt what a game what a game das war so krass das war so krass also gebockt Juuu aber wir waren wirklich du warst echt übelst auf dem Knast übelst auf dem Knast ja es war doch gut also ich habe mich richtig gefreut und denn eines Gebäude du hast einem ein Feld 1,4 Millionen ich komme da aber noch rauf ja also unglaubliches Glück also ne hammerhart Leute war sehr lustig ich muss jetzt eine Runde essen aber Pommes ist schon Pommes ich jetzt eine Runde Coat und Blumen Pommes ok dann und danach bin ich gleich nochmal da ja ja dann ja dann